Der 28. Juni 2021, an diesem Tag war auch Österreich schon bei einem Fußballgroßeigen im Einsatz und zwar bei der WM in Spanien. Österreich ist als Gruppenzweiter hinter Deutschland in die Zwischenrunde aufgestiegen. Als Gegner gab es damals die Nordiren und die Franzosen und im ersten Spiel hat Österreich in den weißen Trikots, eben am 28. Juni gespielt, hier das Laura von Hans Krankel, gegen die Franzosen. Da das Laura von Alain Cherez und die Österreicher haben mit 0 zu 1 verloren. Jean Cheney hat die Franzosen getroffen. Die Franzosen sind dann im Semifinale aufgestiegen als Gruppensieger. Österreich ist nach Hause gefahren und die Franzosen haben im Semifinale gegen die Deutschen verloren, aber dafür haben sie 1998 endlich den ersten WM-Titel geholt und zwar auch am 28. Juni gespielt, 1998 im Ochtelfinale gegen Paraguay. Das war eine ganz mühsame Partie für die Franzosen, weil die Franzosen haben 0 zu 0 auf 90 Minuten behalten können und in der Verlängerung hat nachher der Laurent Blanc mit dem Golden Goal die Südamerikaner aus der WM geschossen. Frankreich bis ins Finale kommen, danach der legendäre Sieg gegen Brasilien und die Franzosen sind auch bei dieser Euro nach wie vor mein ganz ganz großer Favorit. Frankreich bis ins Finale